YouTube Freude, was läuft da weiter bei Mauer aus? Ich hatte gerade Tee-Time, bereits halb 5 Uhr, Donnerstagabend, im Keller noch nicht fertig, aber nicht mehr so viel am Boden zu machen, ich zeige euch dann das morgen. Jetzt starte ich noch schnell den Rasenmäher, es ist trocken, und probiere oder mähe da Rasen und sammle auch gerade Laub ein. Der Rasenmäher steht bei meinem Nachbar, den kann ich immer benutzen und zahle ihm die Stücke. Lärm. 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 Yiselle. Und ja, und da. Lärm. So, und jetzt ist da der Meer noch das Benzin ausgegangen. Ich warte nach 5.00 Uhr sofort schauen, ob ich da noch Benzin zuhause habe, ich hoffe es. Weil ich denke, es ist die letzte Chance, mit dem Rasenmäher da noch Rasen zu mähen und direkt gerade Laub zu sammeln. So schön sauber wird das, so sieht man da das Laub. So, ich habe da noch 1-2 Liter gefunden und eingefüllt und weiter im Text. So, ich habe da am Samen ein Frontschild montiert. Das sieht besser. Wenn ich da die Plätze, die ich da mit dem Motorenmärchen sammelt habe, auf den Niststoffen. So. 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 Feierabend. 12 nach 6.00 Uhr habe ich in kurzer Zeit sehr viele Blätter gesammelt mit dem Rasenmäher. Ich bin ganz zufrieden, habe da dann viel gesäubert und morgen geht es vielleicht nicht mehr. So. 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 schon wieder. So!